heute möchte ich euch bringen sie zusammen vorstellen or staying together wir fangen einfach mal an mit einem spielen zocken numero eins was müssen wir hier machen hoch ah jetzt schnalle ich es hier mit einem doppelsprung können wir um machen wir müssen das halt zusammen einsammeln wieso wir das kriegen eh so haben wir level nummero 2 geschafft sehen wir erst mal nein nein der war mies probieren wir gleich nochmal da sind sie naja weiß ich ohne also muss man sich daran gewöhnen also von den maps her finde ich es ja nicht so verkehrt eigentlich muss ich sagen hat irgendwie weit so so Jetzt haben wir es. Endlich. Naja, dumm gelaufen auf jeden Fall. Aber jetzt wisst ihr erstmal, was ihr geht, was ihr machen müsst und und und. Auf jeden Fall eine coole App. Hat auf jeden Fall was. Ich finde es echt genial. Zockt es auf jeden Fall mal an und checkt es mal ab. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel halt so findet und was sie vielleicht so ja verbessern können. Ich finde es aber auf jeden Fall echt genial. Macht Laune wie Sau. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.